Oh verdammt! Windschatten, 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 Windschatten! Yes! Nein! Nein! Hallihann und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online mit dem Pox! Ja. Wir spielen jetzt heute bis zum letzten Tropfen ein Autorenn mit Supersportwagen. Ja, was sonst? Ich hoffe dieses Mal läuft es für Pox ein bisschen besser. Definitiv nicht, aber wir haben Supersportwagen. Das bedeutet... Baka, Turismo, T20. Ich nehme den Centorno. Ich nehme den Centorno. Können wir den gleichen nehmen? Nein, du kannst nehmen was du möchtest. Ich nehme den Cheetah, aber in lila. Vielleicht fühlt sich der Heinz-Peter dann ein bisschen angegriffen dadurch oder sowas in der Art. Ich nehme den Centorno. Okay. Dann setze ich wieder 10.000 auf mich, weil ich so gut bin. Ja, ja. Ja, klar. Dann will ich noch Munition kaufen. Ich habe beim letzten Rennen nicht ein bisschen Munition verbraucht. Ich setze auch mal ein bisschen was auf mich. Ähm. Ja, ja. Ich bin bereit zu spielen. Passt schon. Da hast du ihn. Ja. Ja. Jetzt ist ja lustig. Ich bin ganz geschwammt. Wenn du W spammst oder bei dir irgendwo wo du Gas gibst, dann kriegst du Supersport. 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 Was mache ich gerade? Aber du bist trotzdem schneller wie ich. Wow. Wow. Äh. Verdammt, wie geht der schon? Ah, mit E. Wow. Okay. Komm, ich bin keine 5 Meter gefahren und schon fliegt mein Auto in die Luft. Was ist denn das hier? Mario Kart? Raketen? Oh verdammt, nein! Oh man! Ich bin jetzt selbst in die Luft, ja. Ich bin nicht explodiert. Nee, aber ich habe mich ein paar Mal überschlagen. Ach so. Dann nehmen wir einen Speed Bomb. Oh. Wie kann ich denn die Raketen auslösen? Mit E. Meistens mit E. Also bei mir ist es so. Das E ist so weit weg. Ah, du kommst ja schon. Ja, ja. Okay. Ach, was geht das? Tschüss! Nee. Ja, ich bin jetzt Hassler. Oh, nee! Verdammt, ich bin ins Meer geflogen. Verdammt, heute wird das glaube ich was für dich. Naja, das kommt noch auf. Die Rennen sind ja hier relativ lang, ne? Aber das mit den Dänen, das ist ja nicht so weit weg. Das mit den Sachen zum Aufsammeln finde ich relativ cool. Will ich Speed nehmen oder... ...Pakete? Ich nehme Speed. Box aufholen. Oh! Oh! Du bist schon da vorne. Ei, ei, ei. Und warte noch bevor du ins Ziel fährst, bis ich irgendwie ein bisschen näher bin. Weil sonst habe ich nur noch 30 Sekunden Zeit... Sekunden Zeit wird ja auch nie beendet. Ähm, wirst du mir grad echt sagen? Dass du gewinnst, ja, sehr wahrscheinlich. Dass das Rennen nicht so lang ist? Ja, vielleicht schon, vielleicht nicht. Ich weiß nicht, das habe ich noch nie gefahren. Also mit Verkehr macht das richtig Spaß. Das erinnert mich so ein bisschen an... Ja, weil ich jedes Mal in Auto fahre und du nicht, oder was? Nein, das meine ich gar nicht. Ähm, das erinnert mich ein bisschen an Need for Speed oder sowas. Ich habe das Spiel ja echt gefeiert, ne? Oh, Plastwagen. Micro-MP, ey. Kann man aufsammeln. Bist du doch schon so weit an der Migrant MP? Scheiße, du bist gar nicht so weit hinter mir, wie ich dachte. Hey, für sowas ist so ein Auto nicht gebaut, ne? Oh! Ja, ich nehme mal die Raketen, hebe ich jetzt für Pox auf. Ich habe auch noch welche, ich habe da kein Problem mit. Oh, verdammt. Wie schnell bist du zur Hölle? Ja, verdammt, nein! Was zur Hölle? Wie schnell bist du? War ungefähr fünf Kilometer hinter mir, auf einmal kommt er an. Die Alllinie vorn. Ideallinie. Bist ein Cheater. Scheiße, jetzt hat er mich. Nee! Nee, keine Rakete für mich erwischt! Verdammt. Yes! Windschatten, 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 Windschatten! Yes! Nein! Nein! Ich habe in die Luft gejagt! Nein, ich habe das nicht geschafft! Yes! Box! Mann! Bam! Oh, verdammt! Jetzt habe ich 10.000 Minus! Jetzt habe ich 10.000 Minus! Yes! Oh, verdammt! Ah, ich habe nur 3.500 bekommen, leider. Ja, aber jetzt kriegst du noch was von deiner Wette. Echt? Ich weiß gar nicht mehr, was ich nicht gewettet habe. Mann, ja! Komm, zeig dir ruhig deinen Stinke. Ja, hier hast du. Bam! Verdammt, Mann! Scheiße! Oh, verdammt! Oh, der war gut, das muss ich sagen. Na gut, so. Jetzt darfst du wieder eine aussuchen. Komm, eine schaffen wir in der Folge noch. Ja, da suche ich eine aus. Ich suche... Oh, Buckelpiste. Buckelpiste? Ja, Heinz-Peter ist mehr so... Der Österreicher ist mehr so für die Off-Road-Rennen irgendwie. Nein, nicht der Österreicher, Entschuldigung, der Schweizer. Schweiz, Schweiz. So, Radio, aus. Ich hätte es mal gehen würde. Komm! Aus. Okay. Nee, es ist ein anderer Spaß. Ja, lass ihn mitfahren, ist egal. Okay. Danke. Ach, aber er hat keinen Punkt zu Punkt geht. Ja, da kann ich nicht aussteigen und dich fertig machen. Na, Gott sei Dank. Nee, nix, Gott sei Dank. Boah. Den nehme ich. Den nehme ich. Das ist mein Auto. Oh, ich habe auch was. Bin wir da ein? Dann setze ich mal 1000 auf mich. Weil ich so nett bin, setze ich mal 10.000 auf Pox. Ja, nur wenn ich auch verliere, also wenn wir beide verlieren, dann hat keiner was von dem Geld. Hä, ja. Oi. Egal. Nicht schon. Ich habe mal auf dich 10.000 gesetzt. Ich hoffe, du gewinnst. Ja, ich habe mal 500 gesetzt auf mich selber. Also, jetzt müsstest du mich eigentlich gewinnen lassen. Nee. Nee, du müsstest mich gewinnen lassen. What the fuck? Kann ich das wirklich machen? Mit was fährst du eigentlich? Mit dem kleinen? Panzer, nee, Panzer sicherer Wagen, Alter. Wir haben es halt mal wieder voll übertrieben jetzt, wir zwei. Nein. Du Monster Truck, Mann. Wow. Hey, hallo. Ne, du holst uns. Wenigstens einer von uns beiden muss gewinnen. Ja, ich probier's. Ich mit meinem Panzerwagen. Ja, ich habe mal wieder ein viel zu langsames Auto, ne? Waja, klar. Aber du hast allradisch nicht. Ich hab nur Hinterradantrieb. Aber das, das Ding ist geil. Alter, ich kann aber nicht so schnell explodieren. Alter, der andere ist platt. Ich habe ihn fast überfahren. Einfach drüberfahren, passt schon. Ja, mit meinem Ding, das ist auch ein Offroad-Panzerwagen. Ich seh dich. Ich hab dich gleich. Nee, echt jetzt? Nein! Oh, zum Glück. Ich hätte mich fast überschlagen. Geht's denn hier? Na, hier. Boah. Boah, shit. Alter, wo bleibt denn hier? Es bremst mich viel zu hart. Bist du hinter mir? Nee, ich bin vor dir. Ich bin erst da. Das ist der Typ, was hinter mir ist. Boah, der ist halt einfach doppelt so schnell, ne? Ich hab wieder das... Du kannst ihn aber überfahren. Ich hab das geilste... Ja, dafür müsste ich aber schneller sein wie er. Ich hab wieder das geilste Auto, aber das langsamste. Das ist wieder typisch. Ah, shit. Scheiß Leitplanke, ehrlich. Ich find das schon extrem cool. Aber auf Dauer solche Rennen, find ich, find ich nicht so... Ja, auf Dauer nicht, aber ab und zu mal so... So zwischendurch ist das in Ordnung, ja. Aber die Missionen, find ich, find ich fast cooler. Also... Es sei denn, man verkackt... Können wir nochmal spielen? Können wir machen? Echt? Habt ihr... Ah, ja, ja. Die letzte Folge von dir ist ja voll verkackt gewesen. Die war voll verkackt. Ah! Telefonmast! Fuck! Ich seh dich! Nein, ich seh... Ich seh dich gar nicht mehr. Ich glaub... Ich glaub, diesmal verkack ich voll. Boah, über ne Brücke mit meinem 20 Tonnen Teil. Die nichts erbricht. Was soll ich sagen? Komm ich da überhaupt durch die Brücke? Oder bin ich da zu breit dafür? Du bist zu... Du bist zu breit dafür! Du hast die Kleine, da kommst knapp, du auch. Und da kommt die Große. Du bist zu groß. Zu hoch. Du musst unten durch. Wahrscheinlich. Ah, geht. Das geht. Echt, ist sie durch? Das geht. Was? Und du auch? Ja, locker. Ja, schon so weit. Ah, da vorne ist das Ziel. Bist du Zweiter? Nein, ich bin leider Dritter. Ganz hinten, irgendwo. Ah, okay, dann warte ich auf dich. Lass ich den anderen gewinnen. Nein! Jetzt mal auf den 10.000 gesetzt. Okay, da... Soll ich reinfahren? Ja, fahr rein, komm. Okay. Passt schon. Doch gekommen bei der Brücke. Ja, ja, oh! Oh! Alter! 1263 FBS habe ich gerade. Ah, das ist... Das ist ein bisschen was. Du mit deinem Monster Truck. So, okay. Dann halt mal wieder letzter. Alter, erst 10 Minuten. Das kommt mir aber schon vor wie eine halbe Stunde. Wir sind erst 10 Minuten am aufnehmen. Ich glaube, ein Rennen müssen wir die Folge noch machen, oder? Was meinst du? Ja, können wir auch. Eins muss ich noch gewinnen. Alle guten Dinge sind drei. Hallo! Haha, gewonnen! Ja, 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 klar. Ne, Wettverluste, 1800 für mich. Oh, verdammt. Haha. Egal, Enter. Äh, Enter. Äh, Enter. Ja, klar. Oh, jetzt darfst du mal eins auslesen. Ah. Mike. Das sieht cool aus. Aber das mit dem Fahrrad, ne? Ja. Hm. Ich bin gespannt. Oh, ist nicht der andere Spaß. Er soll mal GTA-Rennen einstellen, ist viel lustiger. Was ist ein GTA-Rennen? Achso. Yes. Radio aus. Na? Heute gibt's kein Aus bei mir. Aber... Bin ja gespannt, was das hier wird. Offener Brank 20, du bist 15. Na komm, leg los, lieber Horst. Es gibt Menschen, die haben keine Zeit. Hey, so idiot! Mann. Was denn? Ach, Motorräder. Oh, oh! Oh, wow! Das ist... Oh, Sanchez, Sanchez... Ja, ich nehm die... Ich nehm meine. Nö, verdammt falsch. Bestätigen. Ich denk mal das was so. Weil ich's bin heute... Nein, ich will den Job nicht verlassen, verdammt. Setz ich mal... ...hier 1100 auf mich, und auf Pox setz ich wieder 10.000. So, weil ich's bin. Wie kann man dann... Ne, ist egal. Ich setz einfach mal auf gar niemand was, dann verliere ich auch nix. Ja, ich hab ein bisschen mehr Geld wie du. Mit Motorrad fahren hab ich's halt einfach nicht, ne? Null. Ich? Ich find's lustig. Übrigens, wenn du 5 gehst, also da mit dem Männchen, da bist du viel schneller. Mit was? Wenn du Männchen fährst, bist du 50.000 mal schneller. Schau mal, wie schnell ich schon bin. Wuhu! Meinst du den Windschatten, oder was? Oh, ne! Gestorben! Ich hasse das bei... Nicht, äh, GTA beim Motorrad. Da stirbst du so übel schnell. Yeah, wie geil! Oh, schon wieder gestorben! Echt jetzt? Ha! Diesmal verkackt, Heinz-Peter, hab ich das Gefühl. Normalerweise würde ich besser im Motorrad fahren. Hey, mit dem Motorrad durch die U-Bahn, wie geil ist das denn? Das möchte ich auch mal machen. Oh, shit! Hä? Ich hab mich auch selbst umgebracht. Und so, irgendwie mit dem Kopf... Pop-Scom hat Selbstmord begangen. Ja. Und so mit dem Kopf ein bisschen. Ja, aber er auch. Alter! Ich bin grad so übel schnell! Boah! Das ist ja Wall-Ride! Was tust du eigentlich da hinten? Du überholt? Hast du den grad überholt, oder was? Keine Ahnung, ja. Ach du Scheiße! Irgendjemanden hab ich jetzt überholt. Ja, mich nicht, weil ich bin ganz vorne. Das ist mal was Neues, aber... Ich hab ihn überholt. Oh, shit! Ich bin schnell, aber... Oh, je, je, je. Mein Leben ist bald... Nee, gestorben! Nein! Nein, er hat mich überholt! So eine Scheiße! Ich bin auch gestorben. Er hat mich überholt. Das ist doof, dass man es aus der Karte... Müsst man es fast ein bisschen besser sehen. Oh, hallo, Box! Wie weit weg ihr seid. Ja, toll. Jetzt hat er mich gleich. Nee, gestorben! Yes! Yes! Und da vorne ist das Ziel! Yes! Oh mein Gott! Ja, Mann! 10.000 richtig gesetzt. Ja, super! Und ich... Ey, ich hol ihn noch! Du holst ihn noch! Ja, ich hab ihn! Nein, ich hab's! Doch, ich hab's! Wie geil! Zweiter! Yay! Was? In zwei Minuten ist das nur gegangen? Ja, das passt schon. Ich denke mal, jetzt sind wir genau in der Zeit, so. Ja, 15 Minuten. Oh, Mann! Oh, Alter! Box hat gewonnen! Und ich hab die 10.000, glaub ich, richtig gesetzt. Ey, nee! Doch! Du hast immer einen 2-9 gewonnen, ne? Ja! Ah, okay! Dann mal wieder ganz herzliches Danke fürs Zuschauen, liebe Zuschauer! Achso, ist ja deine Folge, Heinz-Peter, sorry! Ja, du kannst Sammoderation machen! Mir ist es egal! Sag du zuerst! Okay! Dann herzliches Dank fürs Zuschauen! Wenn's euch gefallen hat, Daumen nach oben! Abo dalassen! Liken! Handy piepsen im Hintergrund! Keine Ahnung warum! Egal! Haut da rein! Macht's gut! Bis zum nächsten Mal! Danke! Euer Box! Tschüss! Jo, bei mir ist genau das gleiche, was Box gesagt hat, also tschüss! 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 Tschüss!